Hallo, ich nehme euch mit auf eine Winterreise. Blauer Himmel, viel Schnee, zwischendrin schneid's auch mal, mit der MS Polarlös. Bergen-Kirkenis-Bergen sind die gesamten zwölf Tage der BKB-Postschiffroute. Und die Gruppenreise Facettenreiches Norwegen hat ein Vorprogramm in Oslo. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bergen-Kirkenis-Bergen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir machen das auch, Reisefilm Teil 1 endet hier Und genauso beginnt hier auch Reisefilm Teil 2 mit dem, was jetzt ab Kirkenis, bzw. in Kirkenis noch passiert Hier bei der Untertitelung des ZDF, 2020